Nein zum Staatsjournalismus. Geschäftsbeziehungen zwischen Bundesregierung und Journalisten beenden. Soweit ist ja hier Ruhe. Ich denke, wir können dann starten. Es beginnt Martin Erwin Renner für die AfD-Fraktion. Sehr geehrtes Präsidium, als AfD-Fraktion haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt, um über einen wirklichen Skandal zu sprechen, ein Skandal, der in den Medien bereits sehr hohe Wellen ausgelöst hat, ein Skandal, der aber auch symptomatisch für den fortschreitenden Abriss vieler demokratischer Prinzipien steht. Das gilt nicht nur für die aktuelle Ampelregierung, das galt auch und gilt auch für die Vorgängerregierungen, auch unter Frau Merkel. Nicht verwunderlich, wenn man sieht, wie eng sich alle anderen versammelnden Parteien im politischen linken Spektrum drängeln. Ja, auch die CDU, CSU, Pseudo-Opposition, die ja auch dem zerstörerischen, linkswoken, ökosozialistischen Zeitgeist hinterherhächelt. Alle diese Parteien sind zur neuen Einheitspartei Deutschlands, der NED, verschmolzen. Und wenn dann noch die vier demokratischen Gewalten mit dieser NED in linksideologischer Eintracht miteinander kuscheln, dann steht es wahrlich schlimm um unsere Demokratie, wenn das Verfassungsgericht sich zum Gesetzgeber aufschwingt, wenn die sogenannten Menschenrechte nicht länger als Abwehrrechte gegen den Staat, sondern als staatliches Druckmittel gegen den Bürger verstanden werden, wenn der Verfassungsschutz nicht länger die Verfassung, sondern die Regierung von allzu kritischen Bürgern schützt, wenn die Regierung den einzelnen Journalisten und Medien unmoralische, aber lukrative Angebote unterbreitet und diese dann gegen ihren Berufsethos verdeckt angenommen werden. Wenn die heutigen Meinungsmacher, Politik und Medien, immer behaupten, erstens organisierte Meinungsmache gibt es nicht und zweitens, wer etwas anderes behauptet, der wird organisiert zum Schweigen gebracht. Über solche gefährlichen Entwicklungen aufzuklären, das wäre die Aufgabe der vierten Gewalt im Staat, den Medien und ganz besonders der öffentlich-rechtlichen Medien merkwürdig ist. In den 70er, in den 80er, in den 90er Jahren wurden durch die Medien häufig Rücktritte gefordert, wenn sich Minister als inkompetent und unfähig erwiesen und heute, wo sich doch die Inkompetenz der aktuellen Minister und der gesamten Regierung in einem geradezu epochalen Ausmaß zeigt, in praktisch allen Ressorts. Wo sind denn heute die Rücktrittsforderungen durch die Medien? Die Medien haben die politisch mächtigen und gesellschaftlich Einflussreichen kritisch zu hinterfragen, darüber zu berichten, was diese lieber verheimlichen würden. Fehlentscheidungen, Fehlverhalten öffentlich aufzudecken, darüber zu berichten. In unserem Land wurden Pressefreiheit und Staatsfreiheit konstitutionell installiert, und zwar aus bitterster historischer Erfahrung. Die Staatsmacht sollte niemals wieder gleichschaltenden Einfluss auf die Medien ausüben können. Dafür werden dem deutschen Bürger heute jährlich 8,5 Millionen Euro abgepresst. Und jetzt erfahren wir aufgrund unserer Anfrage, dass diese angebliche Staatsferne in schon Hunderten von Fällen nicht das Papier wert ist, auf dem es und von Ihnen allen hier immer und immer wieder beschworen und geheuchelt wird. Viele Medienschaffende sehen sich offenbar nicht länger als Teil der vierten Gewalt, sondern als vierter Mitesser am reichgedeckten Tisch des politischen Leviathans, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die eine Tasche voll mit Geld aus den Zwangsgebühren und die andere Tasche unter dem Tisch heimlich mit Tausenden Euro Steuergeldern von Ministerien gefüttert. Für nur wenige Stunden Arbeit solche Aufträge nimmt man doch gerne an. Der Souverän bekommt für diese doppelte Abzocke dann den so hochgepriesen, aber eigentlich abgründigen Haltungsjournalismus geliefert. So war es während der Pandemie, so war es während der Debatte um die Impfung, so war es und ist es in Sachen der Klimahysterie, so war es und ist es in Sachen Migrationspolitik. So ist es auch jetzt wieder während des Krieges in der Ukraine. Nur eine einzige Meinung gilt, nur eine einzige Sichtweise, nur eine einzige Wahrheit, nämlich die, die an der Festtafel des politischen Leviathans abgesprochen wurde und die Herrschheitsmeinung sein soll. So wird die Meinung der politisch Herrschenden zur herrschenden Meinung gemacht. Und was machen die Medien als Wachhunde der Demokratie? Sie dösen mit leckeren Häppchen, satt gefüttert, blind, taub und stumm unter dem reich gedeckten Tisch, über den Sie eigentlich kritisch berichten sollten. Meine Damen und Herren, hier und draußen, wir als einzige Opposition decken weiterhin auf, wer hier in Wirklichkeit still und leise demokratische Prinzipien und Institutionen in unserem Land delegimiert. Wir decken weiterhin auf, Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. in unserer Demokratie immer mehr zu einer dreigewalten Einheitstyrannis umgebaut wird. Wir sind die eigentlichen Demokraten. Herr Kollege, es ist eine aktuelle Stunde. Und wir sind die wirklich guten Pax vor Bisskomm. Friede sein mit euch. Als Nächstes erhält das Wort Helge Lindh für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Renner, bei Ihnen habe ich immer so die Assoziation, das muss so gewesen sein wie in der Vergangenheit Leute, die nicht kontrolliert Absintheit trinken konnten. Da muss so etwas rauskommen. Das ist für mich wirklich nicht erklärbar. Aber es ist ja auch interessant, dass Sie sich ja hier in Ihrer geübt manierierten Art als Feuerlöscher gerieren und dabei der einzige Brandstifter sind. Und es ist auch wunderbar und auch irgendwie eine Ironie der Geschichte, dass Sie hier in unnachahmlicher Weise eben, alle haben es ja erlebt, eine Verschwörung von Politik und Medien wittern und selbst die größten Verschwörungstheoretiker sind. Das muss man erst mal hinbekommen. Und Sie haben es ja auch wirklich, was vielleicht Ihre Referentinnen und Referenten mühsam mit Hintergrundarbeit und auch mit der Idee zu dieser aktuellen Stunde haben versucht aufzubauen, mit Ihrem verbalen Hintern aber so richtig eingerissen und ganz klar deutlich gemacht, worum es Ihnen geht. Es geht Ihnen überhaupt nicht hier um Pressefreiheit, um die Sicherstellung der Trennung der Gewalten, um Medien als vierte Gewalt und kritische Instanz. Es geht Ihnen nur darum, Ihr Denken von der sogenannten Systempresse und von dem Staatsfunk und der linksökologischen Verschwörung von Medien und Politik zu verbreiten. Und Sie haben das ja eben wunderbar vorgeführt. Und das ist ja genau Ihr Problem. Es waren nicht Sie, sondern Medien selbst, übrigens teilweise auch Zeitungen, um deren Journalistinnen es geht, die in den letzten Wochen, aber auch schon im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren immer wieder über Beauftragungen von Journalistinnen und Journalisten kritisch berichtet haben. Und es ist völlig legitim, übrigens auch aktuelle Stunden zu beantragen. Aber illegitim ist es, das zu instrumentalisieren für einen denkbar dämlichen und durchschaubaren Feldzug gegen Medien, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Worum es tatsächlich geht, ist nämlich überhaupt kein Skandal. Der Skandal, den Sie da entdecken, ist letztlich Sie selbst. Wir haben zum Glück, und das schätze ich sehr für Journalistinnen und Journalisten in diesem Land, das Recht darauf, wenn Sie frei arbeiten, auch Aufträge anzunehmen, übrigens auch Aufträge von Bundesämtern und Bundesbehörden. Das ist das verbriefte Recht. Und ich plädiere stark dafür, dass wir dieses Recht nicht antasten. Und zum Zweiten ist es auch das Recht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowohl im öffentlich- rechtlichen wie auch im privatrechtlichen, Nebentätigkeiten einzugehen. Und diese Nebentätigkeiten müssen genehmigt werden. Und dafür gibt es, um es Ihnen mal zu erklären und aus Ihrem Kosmos der Verschwörung rauszukommen, dazu gibt es im öffentlich-rechtlichen genügend Grundlagen. Es gibt beispielsweise Medienstaatsverträge. Es gibt den ZDF-Staatsvertrag. Es gibt innerhalb der Sender Kodizes, Leitfäden und so weiter, auch analog im privaten Bereich. Das heißt, die Frage dieser Skandal, den Sie konstruieren, ist mitnichten ein Skandal, sondern es geht darum, und das ist der Kern der heutigen Debatte, und das wäre auch die sachliche Frage, wie sichergestellt wird, auch innerhalb von Sendern, aber auch innerhalb von Medienunternehmen, dass die Prinzipien unabhängiger journalistischer Arbeit sichergestellt sind. Und das ist eine Compliance-Frage. Das ist eine Frage von Transparenz. Und dies ist im Einzelfall zu prüfen. Nicht aber ist es ein Skandal und überhaupt nicht in irgendeiner Weise vorwerflich, wenn freie oder feste Mitarbeiterin, ob nun von privaten Rundfunk-Sendern oder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, solche Aufträge annehmen. Was problematisch ist, und es wäre schön, wenn Sie darüber gesprochen hätten und einmal den Anschein erweckt hätten, dass Sie Ahnung haben und ein sachliches Interesse haben, was problematisch ist. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel eines Journalisten, der für einen CEO, einen DAX-Vorstand eine Rede schreibt, dann aber auch noch über diese Veranstaltung und die Rede berichtet und dann auch noch schreibt, dies sei eine starke Rede. Da ist in der Tat die Grenze zu journalistischer Unabhängigkeit überschritten. Das ist aber eben im Einzelfall sich anzugucken, aber mitnichten generell zu unterstellen. Sehr wohl bestätigen alle journalistischen Verbände, der Deutsche Journalistenverband und andere, dass nichts daran falsch ist und nichts daran fragwürdig ist, wie Bundesregierung und Bundesämter hier agiert haben und hier agieren. Zu achten ist darauf, dass journalistische Unabhängigkeit gewährleistet ist. Zu achten ist darauf im Zusammenspiel von Medienunternehmen, Journalistinnen und Journalisten selbst und Auftraggebern, dass wir sicherstellen, dass politischer Journalismus stattfindet. Das heißt, Sie haben eine Aktuelle Stunde zu einem Skandal beantragt, der kein Skandal ist, sondern alles beruht auf geltendem Recht und ist eine Frage der kritischen Selbstauseinandersetzung des Journalismus nicht von Ihnen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wieder irgendwelche Gerüchte in den Raum gesetzt werden, Zwischenfragen gibt es in aktuellen Stunden nicht. Das wurde, glaube ich, gerade nicht ganz verstanden. Also, das gibt es nicht. Und halten Sie sich bitte an die fünf Minuten. Wir sind schon fast wieder bei Mitternacht, wenn das so weitergeht. Also, nächste Rednerin ist Dorothee Bär für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Das ist ja sehr kurios, dass ausgerechnet die AfD eine Aktuelle Stunde beantragt, mit dem Titel Nein zum Staatsjournalismus Geschäftsbeziehungen zwischen Bundesregierung und Journalisten beenden. Ausgerechnet die Partei, für die Pressefreiheit ein Fremdwort ist, erhebt sich hier als Hüterin der Unabhängigkeit der Medien vor regierungsseitiger Einflussnahme. Ausgerechnet die Partei, die Vertreter der freien Presse unter großem Applaus ihrer Parteimitglieder dazu zwingt, den Saal zu verlassen. So geschehen auf dem AfD-Parteitag mit Andreas Wolf, einem Korrespondenten der Sächsischen Freien Presse. Halten Sie das für ein richtiges Verhalten? Wir nicht. Ausgerechnet die Partei, die Journalisten und Journalistinnen am Katzentisch sitzen lässt, die Dutzende Meter hinter ihren Mitgliedern, hinter einem Absperrband mit wahnsinnig viel Sicherheitsabstand. So geschehen erst im Juli letzten Jahres auf dem AfD-Parteitag in Sachsen auch kein korrektes Verhalten Journalistinnen und Journalisten gegenüber. Ausgerechnet die Partei, die auch noch dreist gelogen hat, als sie den Ausschluss des unliebsamen Journalisten im Vorfeld dieses Parteitags in einer riesigen, ansonsten komplett leeren Halle, mit dem Vorwand, wir haben Platzmangel auch noch aus dem Saal geworfen, hat wirklich zu glauben, dass die Leute so doof sind und denken, dass sie ihnen da glauben können, wenn sie leere Säle sehen, leere Stühle sehen, und trotzdem schmeißen sie diese Journalisten raus. Ausgerechnet die AfD an der Stelle. Ausgerechnet. Ja, die haben halt Journalisten auch aufgedeckt. Ja, die Wahrheit tut halt weh. Ausgerechnet die Partei, bei der freie Berichterstattung unerwünscht ist und die aber gerne mit rechtsextremen Medien zusammenarbeitet, die will uns jetzt integren Politikjournalismus erklären. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da ist man sich ja nicht sicher, ob dieser Doppelmoral, ob man lachen oder weinen soll an dieser Stelle. Diese Aktuelle Stunde hat abgesehen davon ausgerechnet die Partei beantragt, deren Beitrag zum Weltfrauentag gelautet hat, das beste Geschenk, was man Frauen machen kann, wären sofortige Abschiebungen. Ausgerechnet diese Partei. Ja, das sind Ihre Pressemitteilungen, nicht meine. Zurück zum Thema. Im bewährten AfD-Sprech suggerieren Sie, dass sich Politiker in Regierungsverantwortung hierzulande ganz üblicherweise einfach mal Journalisten kaufen, um die jeweils gemünschte Meinungsmache zu betreiben. Ja, und wenn Sie das glauben, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wissen Sie, was Sie erwarten würden, sollte diese Partei, Gott bewahre, jemals Regierungsverantwortung übernehmen. Und das ist nämlich genau die Denke. Sie glauben, man kann sich Journalisten kaufen, würde man dann machen an der Stelle. Natürlich wäre das so. Und Sie unterstellen der vierten Gewalt in Deutschland korrupte Strukturen. Strukturen, die die Kontrollfunktion der Medien mittels wahrhaftiger Berichterstattung über die Exekutive, die Judikative und die Legislative ad absurdum führen würden. Da kann ich Sie beruhigen, für diese Kontrolle braucht es ganz sicher nicht die AfD in unserem Land, weil diese Kontrollfunktion schon die Medienschaffenden in unserem freiheitlich-demokratischen Land selbst wahrnehmen. Und um auf den Fall auch noch mal zu kommen. Ja, wo haben Sie das denn her? Wer hat es denn aufgedeckt? Die Taz hat es doch aufgedeckt an der Stelle. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Im Fall vom Auftritt unseres Bundeskanzlers auf der Republika. Hat die Taz, also die Pressemacher selbst, es aufgedeckt? Ein großer Wert, nicht selbstverständlich. Die Anfragen kamen von meinen Kolleginnen genauso aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Peinlich ist die Sache. Meine Kollegin Christiane Schändlerlein wird noch mal darauf eingehen. Ich glaube, es wäre auch vielleicht ein Hinweis, trotz allem auch an die SPD. Nee, Transparenz verhindert Machtmissbrauch. Kontrolle kann nur greifen, wenn einsehbar ist, wer wann auch gebucht wird. Aber zur Wahrheit gehört, bei einer Offenlegung müssen dann die Journalistinnen und Journalisten auch selbst mitmachen. Und eine Auskunft mit Verweis auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis zu verweigern. Und erst dann, nachdem die recherchierende Zeitung das Verwaltungsgericht angerufen hat, dann noch schnell den Regierungssprecher vor dem Urteilsbruch antworten zu lassen, ist auch kein guter Stil. Und ich bin mir sicher, das hat Olaf Scholz auch nicht nötig an der Stelle. Übrig bleibt aber dennoch, und das ist das, warum es so bitter macht, die Partei, die mit Fake News arbeitet, die Partei, die mit Verhetzungspotenzial arbeitet, die Partei, wenn Sie auch noch sagen, dass Sie auch noch rassistisch arbeiten, dann nehme ich das auch noch dazu. Also, Zurufe aus der AfD-Fraktion, für die, die es nicht gehört haben, Sie sagen, dass Sie auch noch mit Rassismus und Menschenfeindlichkeit arbeiten. Da mache ich auch einen Haken dahinter, völlig richtig. Übrig bleibt, dass die aktuelle Stunde von einer Fraktion beantragt wurde, die halte den Dieb schreit und die sich selbst nie an Recht und Gesetz hält. Das ist unmöglich, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist Erhard Grunde für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wieder einmal beschäftigt uns die AfD mit der immer selben Leier, dass alle unter einer Decke stecken und sich gegen sie verschworen haben. Diese wiederholte Erzählung der angeblichen Mächte, die sich gemeinsam gegen die rechte Franse dieses Hauses verschworen haben, ist brandgefährlich. Sie leistet Verschwörungsideologien Vorschub. Selbstverständlich engagiert die Bundesregierung und nicht nur sie für Coachings externe Referentinnen, ModeratorInnen, LektorInnen, TrainerInnen und ExpertInnen. Selbstverständlich engagiert sie dafür diejenigen, die es aus ihrer Sicht am besten können. Wer soll besser ein Pressetraining durchführen können als eine ausgebildete Journalistin? Und selbstverständlich kann eine Journalistin, die regelmäßig Fernsehdiskussionen oder Podcasts leitet, auch eine Veranstaltung der Bundesregierung erfolgreich moderieren. Und dass das Auswärtige Amt seine angehenden Diplomaten bestmöglich ausbildet, das ist richtig und ist in unser aller Interesse. Meine Damen und Herren, Journalistinnen arbeiten nach Qualitätsstandards. Sie sind dem Pressekodex verpflichtet. Zur Professionalität in diesem Beruf gehört es, allen kritische Fragen zu stellen. Und ja, auch den Abstand zu den Regierenden zu wahren. Wer das nicht tut, muss erfahren, dass gerade die Journalistenkolleginnen hier zu Recht dann auch keine Nachsicht bei der Aufdeckung kennen. Das ist wichtig. Und wie wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, diese Kontrolle funktioniert auch. Journalistische Unabhängigkeit und der Schutz von Journalistinnen und Journalisten vor Angriffen und Übergriffen ist zentrale Voraussetzung für unsere freie Demokratie. Freier kritischer Journalismus ist gerade der AfD seit eh und je ein Dorn im Auge. Nirgends lebt und arbeitet es sich so gefährlich für Journalistinnen in Deutschland wie auf Demonstrationen der AfD und ihr nahestehender Organisationen. Regelmäßig werden Berichterstattinnen auf Demos angegriffen, zu denen die AfD aufruft. Und Medienschaffende, vor allem Frauen, werden von rechten Kräften weltweit on- und offline diffamiert und bedroht. Der Grund dafür ist glasklar. Journalistinnen sind diejenigen, die den Finger in die Wunde legen und die den rechten Spießgesellen unbequeme Fragen stellen. Sie sind diejenigen, die etwa die AfD danach fragen, von wem ihre ausländischen Parteispenden kommen. Und die Beziehung der AfD zum Staatsjournalismus ist wirklich special. Ihre Abgeordneten dienen sich regelmäßig und nur allzu gerne im russischen Staatsfernsehen als Putins Propagandazwerge an. Erst im Februar wurde dort wieder von einem ihrer Abgeordneten zur besten Sendezeit behauptet, von Russland gehe keine Bedrohung aus. Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde heute könnte auch unter dem Titel stehen Nein zum Staatsjournalismus, Geschäftsbeziehungen zwischen AfD und Kreml beenden. Der Skandal sind nicht 280.000 Euro jährlich für 200 JournalistInnen. Der Skandal ist die AfD, die im Kreml auf den Schößen der Kriegsverbrecher sitzen. Sehr geehrte Frau Kollegin Bär, eins muss ich Ihnen sagen, Sie haben von Doppelmoral gesprochen. Im Umgang mit den JournalistInnen fällt mir dazu leider der letzte Parteitag der CDU in Hannover ein, als der Parteivorsitzende im März in, glaube ich, ungehöriger Weise JournalistInnen mit dem in Anführungszeichen besonderen Gruß bedacht hat. Das war kein Ruhmesblatt. Ich würde mir wünschen, Sie würden in sich gehen. Dann könnte man Ihre Ausführungen hier auch ernst nehmen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke Dr. Petra Sitte. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, die Unabhängigkeit des Journalismus ist ein hohes Gut. Erst recht im Kontakt mit und zur Politik. Warum? Weil hier der Presse eben eine Kontrollfunktion zukommt. Gleichzeitig geht damit immer auch eine gewisse Nähe einher. Es ergeben sich Kontakte, es ergeben sich Seitenwechsel, es ergeben sich Gelegenheiten und Gefälligkeiten. Die nötige Distanz und Unabhängigkeit zu wahren, ist eine Frage journalistischer Ethik, aber sie ist eben vor allem auch eine Verantwortung der Politik selbst. Und das gilt natürlich für Staat und Regierung. Und dieser Verantwortung ist der Bundeskanzler nicht nachgekommen, als er sich auf der Internetkonferenz Republika von einer dafür ausgesuchten und bezahlten Journalistin hat interviewen lassen. Mit keiner Silbe wurde dies transparent gemacht. Und schlimmer noch, er hat durchaus versucht, den Umstand der Bezahlung auch noch zu verschleiern. Und, meine Damen und Herren, schaut man sich nun das Ergebnis an, dann fragt man sich schon, war dieses assistierte Nichtsagen der Mühe überhaupt wert? Ganz ehrlich, nö. Meine Damen und Herren, man muss die staatliche Praxis, Medienschaffende für Moderationen oder Schulungen zu bezahlen, überhaupt nicht grundsätzlich verwerfen. Allerdings erfordert das eben eine hohe Sensibilität, absolute Transparenz und natürlich klare Honorarstrukturen. Es muss aber vor allem auch einen klaren Abstand zur Berichterstattung geben. Schon der Anschein von Interessenkonflikten ist zu vermeiden. Auch unabhängig von Honorarflüssen ist kritisch zu bewerten, dass sich Spitzenpolitiker ihre medialen Gesprächspartner selbst aussuchen. Und da wird doch bewusst ein Schaustück aufgeführt und letztlich kostet das Vertrauen. Damit nicht genug, wenn es um sogenannte Geschäftsbeziehungen geht. Und daran will ich hier gern mal darauf hinweisen. Also, wenn es um Geschäftsbeziehungen von Journalisten mit der Bundesregierung geht, dann kann der BND nicht außen vor bleiben. Er nimmt sich entgegen journalistischer Ethik anscheinend das Recht heraus, Journalisten als Quellen zu führen. Danach gefragt, will er keinerlei Angaben zu journalistischen Kontakten und Aufträgen machen. Und das halten wir für einen unglaublichen Vorgang. Soweit also dazu. Jetzt zur AfD. Es ist schon einigermaßen absurd, und da kann ich meinen Kollegen nur zustimmen, wenn gerade Sie hier die journalistische Unabhängigkeit verteidigen wollen. Keine Partei begegnet Medienschaften, die Sie kritisieren oder eben nicht auf Ihrer Linie sind, mit einer derart offenen Feindschaft. Unabhängige Berichterstattung von Ihren Parteitagen, Kollegen haben es gesagt, wird nicht zugelassen. Und gerade im Umfeld dieser Partei hat sich eine enthemmte Pressefeindlichkeit etabliert, die immer öfter auch in Gewalt umschlägt. 320 gegen mediengerichtete Straftaten, davon 46 Gewaltdelikte, verzeichnet die Statistik für 2022. Ein neuer Höchststand. Dass Sie darüber lachen, Herr Brandner, das wundert mich jetzt wiederum gar nicht. Das hat die Antwort auf, das war eine kleine Anfrage meiner Fraktion, und da standen genau diese Zahlen drin. Also ist die AfD die denkbar unglaubwürdigste Kämpferin für journalistische Unabhängigkeit. Und weiter ein Problemaufriss. Wer von unabhängigem Journalismus spricht, darf auch wirtschaftliche Abhängigkeiten nicht verschweigen. Privatfinanzierte Medien sind immer wirtschaftlichem Druck ausgesetzt. Teilweise sind sie selbst mit finanzkräftigen wirtschaftlichen Interessen verbandelt. Aufträge, die von der Privatwirtschaft und ihren Lobbyisten ausgehen, sind nicht weniger geeignet, Interessenkonflikte zu erzeugen, als eben auch staatliche Aufträge. Umso wichtiger ist es, mit den Öffentlich-Rechtlichen eine Säule beitragsfinanzierter, aber vom Staat unabhängiger Medien zu haben. Deren Unabhängigkeit und deren Vielfalt gilt es zu stärken und gerade in der aktuellen Debatte auch um ihre strukturellen Probleme bzw. neue strukturelle Aufstellungen. Das unwürdige Schauspiel um die Zusammensetzung des Zukunftsrats war in diesem Zusammenhang leider kein guter Anfang. Und für alle, die das nicht wissen, es ging um die Besetzung dieses Zukunftsrates. Und der ist nunmehr im Wesentlichen parteibestimmt. Umso nachdrücklicher fordern wir abschließend, Politik muss die Unabhängigkeit der Presse ernst nehmen und das auch aktiv unterstützen. Alles andere diskreditiert Presse und Politik gleichermaßen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Sofort, letzter Satz. Vertrauen und Verlässlichkeit müssen gewahrt bleiben, denn sie grundieren schließlich Demokratie. Danke. Nächster Redner ist Thomas Hacker für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer kürzlich die Debatten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verfolgte, der konnte ja schon fühlen und erahnen, dass die Kleine Anfrage der AfD zu Zahlungen von Bundesministerien an Journalisten zum Tagesordnungspunkt hier in unserem Hause werden musste. Erst recht, nachdem auch Tagesspiegel Neue Zürcher und sogar der Deutschlandfunk diese Anfrage medial aufgenommen haben. Dabei kann ich im Grundsatz her nur die Bewertung des Tagesspiegelautoren teilen. Das Ansinnen der AfD-Fraktion und damit auch dieser Aktuellen Stunde, das Ansinnen, ist durchschaubar. Und die dahinterstehenden Absichten sind aus unserer Sicht auch abzulehnen. Aber mit dem Ergebnis der Anfrage muss man sich trotzdem befassen. Fassen wir der Ordnung halber zusammen. Mehr als 1,4 Millionen Euro und das Auswärtige Amt ist dabei noch nicht enthalten, zahlten die Bundesregierungen aus CDU, CSU, SPD und SPD, Grünen und Freien Demokraten seit 2018 an rund 200 Journalisten für Moderationen, Texte, Lektorate, Fortbildungen, Vorträge und andere Veranstaltungen. Der Großteil des Geldes ging dabei an Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ARD, ZDF, Deutschlandfunk und auch Deutsche Welle. Den Bundesministerien waren die konkreten Beschäftigungsverhältnisse der einzelnen Medienvertreter frei, fest, neben- oder hauptberuflich dabei nicht bekannt. Wir Freien Demokraten sehen Entwicklungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch privater Medien oft kritisch. Stichwort Berlusconi-Einstieg bei ProSiebenSat.1. Wo wir Negativentwicklungen sehen, sprechen wir das auch an. Dem von der AfD aber schon allein durch die Benennung dieser aktuellen Stunde erhobenen Generalverdacht des Staatsjournalismus muss man entschieden entgegend drehen. Staatsjournalismus à la Russia Today, dem Lieblingssenator der AfD, gibt es nur in autoritären Staaten. Und diesen wirklichen Staatsjournalismus hofieren Sie ja täglich. Wirklich keinen Skandal kann ich darin sehen, eine renommierte Medienvertreterin oder einen Fachjournalisten für die Moderation einer Veranstaltung einen Tag der offenen Tür oder ein Medientraining zu gewinnen. Das ist seit Jahrzehnten gängig. Gleiches gilt auch für die über alle Fraktionen übliche Praxis der Vorstellung von politischen Büchern und Memoiren durch Journalisten. Entscheidend ist, was der oder die Einzelne daraus im weiteren journalistischen Wirken macht. Klar ist auch, jegliche Form von Gefälligkeitsjournalismus lehnen wir entschieden ab. Dies schadet dem Journalismus, seiner Glaubwürdigkeit und stellt insbesondere den Anspruch der Medien als vierte Gewalt grundlegend infrage. Doch diese Bewertung muss individuell erfolgen, nicht pauschal diffamierend. Wenn die Wahrhaftigkeit in der journalistischen Darstellung und die eigene Objektivität nicht mehr Ausdruck des eigenen journalistischen Schaffens nehmen Sie halt die fünf Minuten vom Herrn Jong hinweg, dann können Sie doch mitgaggern hier vorne. Machen Sie es doch bitte. Na, dann brauchen Sie doch nicht 20 Minuten noch zusätzlich hier reinklubbern. Über die eigene Glaubwürdigkeit und die demokratische Relevanz des Journalismus als Ganzes entscheidet schließlich damit auch jede Journalistin und jeder Journalist selbst. über die Beschäftigung von ZDF-Vertretern im Zeitraum 2018 bis 2021 für Erstellung von Videoanhalten im Nebenjob insgesamt 32.000 Euro vom Bundespresseband zu bekommen. Da müssen wir dann schon auch mal hinterfragen und sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis überprüfen. Wenn Ex-Tagesschausprecherin Linda Zaviakis den Kanzler bestens dotiert interviewt, aber spät in ihrer Sendung trotzdem kritische Fragen stellt, dann kann man ihr wohl keinen Interessenskonflikt vorwerfen. Fehlen es Gespür und Sensibilität? Vielleicht schon. Zur Fairness und zur Gesamtschau gehört auch, dass wir uns die Realität vieler freier, die sogenannte Festfreier, Journalistinnen und Journalisten vor Augen führen. Auch äußerst bekannte Namen und Gesichter gehören dazu. Für sie besteht ihre eigene Erwerbstätigkeit oft aus vielen ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Moderationen, Veranstaltungen, Medienberatung, Öffentlichkeitsarbeit oder auch Kamera- und Medientrainings. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik und Medien brauchen einander. Wir erreichen die Medien und die Menschen mit unseren politischen Inhalten tatsächlich ja nur über die Medien. Und Medien brauchen Informationen, am besten aus erster Hand. Dieses Wechselspiel beruht auf Vertrauen und Distanz. Wenn Vertrauen in Vertrautheit umschlägt, gerät die Distanz in Gefahr. Die heutige Aktuelle Stunde und die vorausgehende Berichterstattung machen ja deutlich, wie wichtig diese Distanz zwischen Journalisten und Politikern ist. Und wann immer diese Distanz auch nur dem Anschein nach nicht mehr gegeben ist, kann nur Transparenz die notwendige Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Vielen Dank. Ich wollte es gerade sagen. Danke für die Punktlandung. Und als Nächstes erhält das Wort für die AfD Dr. Marc Jongen. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Eine Anfrage der AfD-Fraktion, Herr Lind, hat ergeben, dass die Bundesregierung seit 2018 mehr als 1,4 Millionen Euro an Journalisten gezahlt hat, den Großteil davon an öffentlich-rechtliche, also an individuelle Journalisten für besondere Dienstleistungen, zusätzlich zu den 8 Milliarden Euro jährlich an Zwangsgebühren der Steuerzahler und zu den 184,8 Millionen Euro, die die Regierung seit 2015 still und leise den privaten Medien über Anzeigen hat zukommen lassen. Und es ist ein peinliches Schauspiel, wie Sie von den Ampelparteien hier diese Praxis noch versuchen, irgendwie zu rechtfertigen. Sie und genauso die CDU züchten sich damit systematisch eine Truppe willfähriger Hofberichterstatter heran, wenn dieses System nicht korrupt ist. Was ist dann überhaupt noch Korruption, meine Damen und Herren? Erschreckend auch der völlige Mangel an Einsicht bei den Betroffenen. Linda Zervakis, ehemalige Tagesschausprecherin, findet gar nichts dabei, für ein Wohlfühlinterview mit Kanzler Scholz und eine weitere Moderation für die Bundesregierung 12 000 Euro erhalten zu haben. Sie habe sich nie vereinnahmen lassen und werde ihren Weg auch fortsetzen. Glaubt denn jemand im Ernst, diese Finanzspritzen haben keinen Einfluss auf die Berichterstattung dieser Journalisten? Alle Verfehlungen der Mächtigen werden dadurch doch auf wundersame Weise weichgezeichnet oder gleich ganz verschwiegen. Warum denn auch die Hand beißen, die einen füttert? Das erinnert übrigens fatal an die entlassene RBB-Intendantin Schlesinger, die zur Verschwendung von Steuermillionen und zur Vetternwirtschaft in ihrem Haus auch meinte, sie habe alles nach bestem Wissen abgerechnet. Selbstbedienungsmentalität, Selbstgerechtigkeit und Verhöhnung der Steuerzahler und der Mediennutzer, wohin man blickt, meine Damen und Herren. Aber kommen wir von der materiellen zur geistigen Korruption, die ja noch schlimmer ist. Es gab einmal den Satz von Hans-Joachim Friedrichs. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Unsere heutigen Haltungsjournalisten widersprechen dem ganz offen. So Anne Will, die sich ausgerechnet bei der Verleihung des Friedrichspreises von diesem Satz distanzierte und siebenmal das Wort Haltung benutzte in ihrer Rede. Man versteht sich nicht mehr als ehrlicher Vermittler einer objektiven Wahrheit, sondern als missionarischer Streiter für das angeblich Gute, für Vielfalt und Toleranz, für die Klimareligion, für das Corona-Narrativ und natürlich gegen Rechts. Seltsam nur, dass dieser Gratismut oder besser dieser fürstlich honorierte Pseudomut immer eins zu eins konform geht mit der Herrschaftsideologie der Regierenden. Es handelt sich darum, nicht um Haltung, sondern um Rückgratlosigkeit. Ihr Ergebnis ist auch nicht Aufklärung, sondern Propaganda, meine Damen und Herren. Aber diese sogenannte Haltung produziert nicht nur schlechten Journalismus, sie kostet auch Menschenleben. Es kommt jetzt langsam aber sicher ans Licht, auch durch viele prominente Fälle, um wie viel zahlreicher die Corona-Impfschäden inklusive Todesfällen in Wirklichkeit sind, als es der politisch-mediale Komplex immer behauptet hat. Wir sprechen hier von weit über 10 000, zum Teil irreversibel Geschädigten. Nicht nur hat man auf diese Menschen massiven Impfdruck ausgeübt. Man hat Aufklärer, die vor den Gefahren der Impfung warnten, systematisch zensiert und diffamiert, unliebsame Beiträge in den sozialen Medien hemmungslos gelöscht. Stichwort Twitter-Files. Die Bundesregierung hatte hier ihre Finger im Spiel. Anstatt die großteils schädlichen Corona-Maßnahmen investigativ zu hinterfragen, haben die öffentlichen rechtlichen Medien den allgemeinen Paniklevel täglich noch gesteigert. Kein Wunder, bei 295 Millionen Euro für Corona-Propagandakampagnen, die das Gesundheitsministerium allein bis März letzten Jahres den Medien hat zukommen lassen. Dass wir eben keine staatsfernen Medien haben, wie Sie hier behaupten, sondern eben doch einen Staatsfunk, das beweist der Umstand, dass Karl Lauterbach heute noch Minister ist. Jetzt stellt er sich hin und sagt, ihm tut jeder leid, der durch die Impfung zu Schaden gekommen ist. In jedem Land mit funktionierender Presse wäre er schon hundertmal seiner Lügen überführt worden und seiner völligen Inkompetenz und hätte zurücktreten müssen. Wir sind gespannt, ob sein gefälschter Lebenslauf das jetzt endlich bewirkt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das alles sind Symptome, Symptome dafür, dass das Mediensystem in Deutschland strukturell erkrankt ist. Was wir brauchen, ist eine grundsätzliche Reform, die Medien und Staat radikal entflechtet. Nur so gibt es unabhängigen Journalismus und damit Pressefreiheit. Zeigen Sie bitte nicht mehr auf Länder wie Polen oder Ungarn, bevor Sie vor unserer eigenen Tür gekehrt haben. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Katrin Budde. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zuallererst und allem voran, ein wesentliches Merkmal der Demokratie ist die Pressefreiheit, die in Deutschland durch Artikel 5 Grundgesetz garantiert wird, die es der Presse erlaubt, völlig unbeeinflusst von den Regierenden zu publizieren. Und das tun sie auch. Zum Zweiten. Medien sind eine wichtige, mächtige Kontrollinstanz und werden deswegen auch als vierte Gewalt bezeichnet. Und ja, durch ihre Berichterstattung tragen sie auch zum Funktionieren unseres demokratischen Systems bei. Sie überwachen durch Recherchen und die Tätigkeit der PolitikerInnen mit ihren Berichten über politische Inhalte und Entscheidungen. Und damit sind sie auch gleichzeitig Schnittstelle zwischen Parlamenten, Regierung und WählerInnen. Ein positiver Aspekt übrigens der völligen Unabhängigkeit zum Beispiel der freien Wirtschaft und Privatmedien ist auf der einen Seite die theoretisch völlig freie Themenwahl, ohne jegliche Vorgabe und etwaige Zwänge. Das gilt grundsätzlich übrigens auch und ist verbrieft. Pressefreiheit für den Öffentlich-Rechtlichen. Und diese Unabhängigkeit, diese sogenannte äußere Pressefreiheit der Medien zu garantieren, das, allein das ist unsere Aufgabe als VolksvertreterInnen. Dann fängt das Innenleben an. Und ja, das ist natürlich kein Geheimnis, dass auch JournalistInnen zumeist angestellt sind. Und wer zum Beispiel für private Medien tätig ist, ahnt, weiß oder erahnt, dass es auch Interessen von Kapitaleignern geben kann und gibt. Ihre inneren Pressefreiheit sind möglicherweise dadurch auch Grenzen gesetzt, dass sie eine Loyalitätspflicht haben gegenüber ihren Arbeitgebern und Auftraggebern, dass sie abhängig sind von Werbeeinnahmen, von Verkaufszahlen, von Quoten. Trotzdem will ich ausdrücklich sagen, funktioniert das System der freien Berichterstattung in Deutschland. Da es sehr, sehr viele und sehr unterschiedliche, auch private Medien gibt mit unterschiedlichen Tendenzen und zusätzlich noch den öffentlich-rechtlichen in Deutschland. Und ich als freie und mündige Bürgerin bin natürlich auch verpflichtet, nicht bloß ein Medium zu lesen, sondern mich zu informieren und mich darüber vergleichend und abzuwägen, abwägend zu informieren. Das ist mein Job in einer Demokratie. Angebote habe ich genommen. Die Form von Loyalitätspflicht, wie bei den Privaten, gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich grundsätzlich nicht. Aber auch hier findet man natürlich, wir reden gerade darüber, Hinweise, dass durch stark hierarchische Entscheidungsebenen und daraus resultierende Abhängigkeiten und Loyalitäten es Grenzen möglicherweise der inneren Pressefreiheit gibt. Auch der Öffentlich-Rechtliche ist nicht frei, vom Blick zu Quoten. Denn die sogenannte vierte Gewalt, die eine kritische Kontrollfunktion hat, die ihr zugeordnet wird, ist. Übrigens sagen Praktiker des Medienbetriebs wie Ulrich Wicker zum Beispiel, dass die als selbstverständlich betrachtete Funktion der Medien als vierte Gewalt von seiner Seite infrage gestellt wird. Er sagt, der Anspruch sei schon immer falsch gewesen, dass eine demokratische Legitimierung der Presse da sei. Die gäbe es nicht. Stattdessen seien Medien in größtenteils ein Teil der Wirtschaft. Das sind sie auch. Und Verlage müssen sich eben überlegen, wie verkaufe ich mein Blatt, wie viel Gewinn mache ich. Das ist in seinen Augen sogar eine Beschränkung der vierten Gewalt. Und wir als Parlament aber hingegen, wir sind demokratisch legitimiert. Wir gehören zur dritten Gewalt. Und deshalb müssen und nehmen wir die Vorwürfe, die aufgeworfen sind von der AfD, auch ernst. Und deshalb reden wir heute auch darüber. Ich will aber klar voranstellen, Staatsjournalismus gibt es in Deutschland nicht. Ich weiß das. Ich bin 1965 in Magdeburg geboren. Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, was Staatsjournalismus ist. Und das, was in der Bundesrepublik da ist, ist mitnichten Staatsjournalismus. Das ist freier Journalismus. Sie wissen doch gar nicht, was Staatsjournalismus ist. Sie wissen gar nicht, was staatliche Propaganda in einer Diktatur ist. Sie reden wie die Blinden von der Farbe darüber. Ich nicht. Aber natürlich gibt es Geschäftsbeziehungen zwischen der Bundesregierung und Journalistinnen. Das ist auch grundsätzlich aus meiner Sicht kein Problem. Ich halte es für vertretbar, wenn Journalistinnen Veranstaltungen moderieren. Selbstverständlich. Ich halte es auch für vertretbar, wenn dies auf Veranstaltungen von Ministerien oder der Bundesregierung gemacht wird und dass sie für ihre Arbeit bezahlt werden. Ich halte es auch für vertretbar, dass es verabredete Interviews gibt. Da muss nur Anzeige drüber stehen. Und möglichst nicht ganz so klein, wie das manchmal in den Blättern ist, sondern erkennbar. Und ich halte es auch nicht für unmoralisch, wenn man nachfragt, mit wem das Interview geführt wird, weil das ist wie im normalen Leben. Also, es gibt Menschen, die stehen im Thema drin und man wird gerne von solchen interviewt und das geht mal besser und mal schlechter. Und natürlich kann man nachfragen, auch als Politikerin. Die Antwort allein liegt auf der journalistischen Seite, ob man dem nachkommt oder nicht. Das passiert nicht immer. Und auch ich als Politikerin mit 33 Jahren Erfahrung mit Medien sage, es gibt auch Journalistinnen, denen antworte ich nicht. Das ist meine Freiheit dann auf der anderen Seite wieder. Die Freiheiten im System sind wirklich groß genug. Und deshalb will ich einfach nur sagen, es ist kein Skandal zu Staatjournalismus, den Sie als AfD da vermeintlich aufgedeckt haben. Der Journalismus in unserer Demokratie ist und bleibt unabhängig. Aber die Debatte heute zeigt auch, dass beide Seiten, Politik und Journalismus, gut daran tun, einmal darüber nachzudenken, wie und wo sie zusammenarbeiten. Es ist nicht gut für Journalisten, wenn sie in den Verdacht kommen, ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Es ist nicht gut für Politik, wenn sie in den Verdacht kommen, den freien Journalismus beeinflussen zu wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte denken Sie daran, dass um 16.25 Uhr die Urnen geschlossen werden. Nächste Rednerin jetzt in dieser Debatte ist Dr. Christiane Schenderlein für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Missbrauch von Macht und Korruption aufzudecken, das ist die Aufgabe von Journalismus. Eine unabhängige und kritische Berichterstattung ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität unserer Demokratie. Journalisten können Missstände aufdecken und auf Probleme aufmerksam machen, die von Behörden oder der Regierung nicht beachtet werden. Wir als Abgeordnete können dies täglich erleben. Kritische Nachfragen zu Gesetzesvorhaben, Kritik am Regierungshandeln oder das Aufdecken von politischen Skandalen ist in Deutschland fester Bestandteil des politischen Geschäfts. Herr Grundl, wir freuen uns auch darüber, wenn zahlreiche Journalisten auf unsere Parteitage kommen. Es gehört auch zum politischen Geschäft, dass wir in den Diskurs gehen und das System nicht gleich sofort ablehnen. Auch diese Kritik gehört dazu und sollte nicht verboten sein. Dass dieser feste Bestandteil allerdings nicht selbstverständlich ist, sehen wir, wenn wir in die Türkei schauen, in den Iran, nach Russland oder nach China. Wenn wir dort sehen, welchen Einsatz die Journalisten und Journalisten bereit sind zu leisten, dann ist das etwas schon unglaublich Beachtenswertes. Laut Reporter ohne Grenzen sind aktuell 530 Journalisten weltweit inhaftiert. Das ist ein Rekordwert. Allein im vergangenen Jahr kamen 57 Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs ums Leben. Ich möchte daher an dieser Stelle allen Journalistinnen und Journalisten für ihren Einsatz danken. Die AfD-Bundestagsfraktion sieht in diesem Einsatz für unsere Gesellschaft keinen Mehrwert. Für sie ist Journalismus ein Übel, welches vom Staat alimentiert wird. Nur so kann ich die Beantragung der Aktuellen Stunde heute verstehen. Sie stellen Journalisten, die für die öffentliche Hand arbeiten, unter einen Generalverdacht und sprechen ihnen jegliche Unabhängigkeit und Objektivität ab. Grundlage der Debatte ist Ihre Kleine Anfrage zum Thema Zahlungen von Bundesministerien an Journalisten des ÖR und der privaten Medien. Dabei fragen Sie dezidiert nach festen und nach freien Journalisten. Die Antwort ist wahrhaftig verblüffend. Die Bundesministerien engagieren Journalisten beispielsweise für Moderationen, für Weiterbildungsangebote und Lektorate. Um ehrlich zu sein, wäre ich sogar neugierig, wen denn die AfD für eine Moderation einer Veranstaltung engagieren würde, wenn sie weder auf Angestellte noch auf freie Journalisten zurückgreifen könnte. Oder bedarf es bei ihnen gar keiner Moderation, weil sie lieber diktieren? Gewiss im Einzelfall müssen wir wachsam sein, so zum Beispiel, wenn das Publikum oder der Leser nicht erkennen kann, dass es sich um einen engagierten Journalisten handelt. Zur Affäre Scholz des Bundeskanzlers möchte ich ergänzen, dass das ja wirklich symptomatisch für einen gelungenen Journalismus ist. Denn es waren ja die Journalisten der Taz, die sich weder von den presserechtlichen Wehren von Frau Zerwarkes noch vom gewohnten Schweigen des Bundeskanzleramts haben beirren lassen. Journalismus ist ein wichtiger Faktor für die Meinungsbildung und steht gleichzeitig vor großen Herausforderungen. Der Wettbewerb im digitalen Zeitalter hat dazu geführt, dass viele Medienhäuser unter Druck geraten und Gefahr laufen, tatsächlich ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Der Trend zu schnellen und oberflächlichen Nachrichten hat dazu beigetragen, dass die Qualität der Berichterstattung leidet. Fake News und Propaganda können sich leicht verbreiten und auch die Öffentlichkeit manipulieren. Übrigens, auch das ist im Sinne der AfD. Das Abrutschen Deutschlands auf Platz 16 des Press Freedom Index ist ein alarmierendes Signal. Ausschlaggebend für die negative Entwicklung sind vornehmlich tägliche Angriffe und Bedrohungen. Gerne zitiere ich aus der Begründung zur Platzierung Deutschlands Reporter ohne Grenzen. Die Jahre 2020 und 2021 waren sehr gewalttätig, vor allem bei Protesten gegen Covid-19 bedingte Einschränkungen, bei denen Dutzende Reporter angegriffen wurden. Obwohl körperliche Gewalt regelmäßig verfolgt wird, bleibt Online-Belästigung in der Regel ungestraft. Die meisten Verstöße sind dabei vom rechten und rechtsextremen Milieu gekommen. Hierzu können die AfD doch auch mal eine Aktuelle Stunde beantragen, weil das ist ja genau der Punkt. Warum reden wir nicht darüber mal? In Zeiten, in denen die Wahrheit oft relativiert wird und die Meinungsfreiheit bedroht ist, müssen wir uns an unsere Werte erinnern, auf denen unsere Demokratie basiert. Und wir als CDU und CSU-Bundestagsfraktion unterstützen die freie Presse und den unabhängigen Journalismus. Und die nächste Rednerin ist Tabea Rösner für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, das Thema Medien scheint die AfD nicht loszulassen. Ich würde mir nur wünschen, dass die Redebeiträge dann zukünftig vielleicht am Niveau endlich mal gewinnen würden. Und wenn Sie die alte Leier immer wieder drehen von Lungsgrün, geleiteter, korruptierter Lügenpresse und vom Staatsfunk und jetzt auch die Staatsferne fordern, dann frage ich und vor allen Dingen das Friedrichszitat erwähnen, dann frage ich mich schon, wie das zusammenpasst, dass Sie ja vor allen Dingen mit Journalisten zusammenarbeiten und eigene Medien aufbauen, die sich mit Ihrer Sache gemein machen. Das hat mit Vielfalt von Meinungen und Staatsferne nichts zu tun. Staatsferne, die ist uns und auch mir persönlich sehr wichtig. Nicht umsonst haben wir in den vergangenen 13 Jahren insbesondere für einen staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gekämpft, und zwar erfolgreich. Ich erinnere gerne an das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum ZDF-Staatsvertrag von 2014. Und nun sitzen Sie selbst in den Rundfunkräten. Ist das etwa nicht ausgewogen? Ja, natürlich. Sie haben mehrere Rundfunkräte. Und auch wir müssen Auslassungen von Abgeordneten der AfD in Interviews ertragen. Das ist nicht schön, aber das gehört zur Meinungsvielfalt dazu. Und das zeigt doch gerade die Staatsferne der öffentlich-rechtlichen Sender. Wir haben immer betont, wir wollen keinen Schwarz, keinen Rot, keinen Grünfunk. Und da liegt anscheinend Ihr Problem, auch keinen Blaufunk. Sie kommen nicht umhin, sich mit kritischem Journalismus dem zu stellen. Das ist oft anstrengend. Aber genau das ist ja der Kern von Journalismus. Unbequem zu sein. Seien Sie also tapfer. Wir schaffen das ja auch schon seit Jahren. Zurück zur Staatsferne. Staatsferne Medien sind essentiell für unabhängigen und kritischen Journalismus. Das ist verfassungsrechtlich festgeschrieben und in Zeiten von gezielter Desinformation wichtiger denn je. Hier darf es keine Kompromisse geben. Daher mein Plädoyer. Medien und insbesondere JournalistInnen selbst sollten jeden anscheinend vermeiden, von staatlicher Seite vereinnahmt zu werden. Das gilt umso mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das Bild, das Sie jetzt hier zu malen versuchen, ist völlig überzeichnet. Der Großteil der JournalistInnen befolgt den Ehrenkodex, hält Abstand zu Politik und Wirtschaft und wahrt zur Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Insofern ist eine Diskreditierung aller JournalistInnen völlig fehl am Platz. Gleichwohl muss man vorsichtig sein. Alle Beteiligten sollten stets abwägen, ob die Distanz gewahrt bleibt. Und wenn mich jemand fragt, ob ein Ministerium JournalistInnen engagieren sollte, die etwa politische Berichterstattung machen, dann wäre mein Rat Nein. Denn der freie Meinungsbildungsprozess erfolgt von unten nach oben. Und jedem Eindruck, es könnte andersherum sein, muss entschieden entgegengewirkt werden. Es gilt aber auch, angemessene Vergütung von JournalistInnen ist entscheidend für ihre Unabhängigkeit. Dass viele Medienschaffende seit Jahren unter prekären Umständen arbeiten, ist ein unhaltbarer Zustand. Zudem haben viele Medienhäuser aufgrund der digitalen Disruption Schwierigkeiten, erfolgreiche Finanzierungsmodelle für journalistische Berichterstattung zu etablieren. Hier müssen wir handeln. Deshalb hat die Koalition sich vorgenommen, Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus zu schaffen und Medien die faire Chance zu geben, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern. Hier müssen wir Inhalteproduzenten mit Plattformen und Intermediären auf eine Augenhöhe bringen. Und natürlich ist für eine unabhängige, vielfältige Medienlandschaft der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine wichtige Säule, weil wir ihn finanzieren und er uns allen gehört. Ja, es gibt großen Reformbedarf. Und diesen Reformprozess sollten wir konstruktiv begleiten und nicht den öffentlich-rechtlichen als Institution infrage stellen. Kein anderes, kein anderes, kein anderes Mediensystem ist der Wahrhaftigkeit, hohen journalistischen Standards und der Meinungsvielfalt so verpflichtet wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die anstehenden Reformen sollten ihn stärker darauf ausrichten, statt ihn als System zu zerschlagen. Aber Letzteres verfolgt die AfD seit Jahren. Wenn man sich Programme der AfD über die Jahre anschaut, sieht man, dass sie dem öffentlich-rechtlichen Vorschreiben wollte, wie und über was er berichtet. Das hat mit Staatsferne nun gar nichts zu tun. Statt es sich in den Rundfunkräten bequem zu machen, sollten auch Ihre AfD-Mitglieder zur Sicherung einer vielfältigen Berichterstattung und der Staatsferne beitragen. Das ist freilich eine anspruchsvolle Aufgabe. Zur Lektüre und geistigen Ertüchtigung für diese Aufgabe empfehle ich die Grundsatzurteile des Bundesverfassungsgerichts. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen Ihnen und einer dann geschlossenen Wahlurne steht jetzt nur noch ein Redner. Nutzen Sie also die Zeit, wenn es noch nötig sein sollte. Und der Redner ist jetzt Otto Fricke für die FDP-Fraktion. Oh je, jetzt müsste ich ja fast, Frau Präsidentin. Die Redezeit möglichst kurz halten. Weil es ja um Kultur- und Medienpolitik geht, zum Antrag der AfD eigentlich nur ein Satz, in dem Falle Marie von Ebner-Eschenbach. Was andere uns zutrauen, ist meist bezeichnender für diese als für uns. Und damit will ich es bei der Frage des Antrages dann einfach auch belassen. Ist nicht klar? Vereinfacht. Alles, was ich denke und tue, traue ich jedem anderen zu. Das ist das, nach dem Sie hier an dieser Stelle vorgehen. Meine Damen und Herren, ich will als Jurist, als Haushälter und als Liberaler und damit sozusagen die drei Teile meiner politischen Existenz hier ein wenig etwas analysieren. Und ich danke ausdrücklich für die differenzierte Vorrednerin, weil genau darum wird es gehen. In dieser Frage wird es niemanden geben, der fehlerfrei ist. Weder auf der Regierungsseite, weder auf der journalistischen Seite und auch nicht auf der parlamentarischen Seite. Sei sie Koalition, sei sie Opposition. Das Staatsfernegebot ist immer wieder angesprochen worden. Ich will das für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal sagen, was da eigentlich festgelegt worden ist, der ja aus dem Artikel 5 herkommt. Und das, finde ich, ist so wichtig. Das Staatsfernegebot ist so schön festgestellt worden, zielt auf die Wahrung der Unabhängigkeit und Freiheit der Medien zur Gestaltung ihrer Inhalte als Funktionsbedingung für die von ihnen erwartete. Und jetzt kommt ein Wort, das ich sehr wichtig finde. Das ist eine Vielfältigkeit ihrer Informationsleistung. Das ist das, was wir wollen. Und so wollen wir an der Stelle auch die Pressefreiheit haben. So wollen wir diese sogenannte vierte Macht auch haben. Denn wir müssen immer wissen, dass jegliche Frage von Checks and Balances, von Gewaltenteilung essentiell für eine Demokratie ist. Denn immer, wenn das nicht funktioniert hat, ging Demokratie zu Ende. Und das wollen wir auf gar keinen Fall durch keine der Gewalten erreichen, meine Damen und Herren. Wenn man nun, wenn man aber nun genau hineinschaut, dann muss man doch ganz klar sagen, dass das Pauschale, wenn ein Journalist eine Veranstaltung im Auftrage der Regierung macht, dann ist der an der Stelle sozusagen schon vereinnahmt und beeinflusst, dass das aber alles, alles, alles falsch ist. Nein, die Pauschale machen Sie ja hier. Sie machen es pauschal. Konkrete Hinweise. Gegen Geld kommen wir gleich zu. Konkrete Hinweise. Alles gut, alles wunderbar, das machen Sie. Und das ist ja genau das, was Tabea Rüssner auch gesagt hat. Dann muss man dem auch an der Stelle nachgehen. Aber der Moderator hat nun mal eine gestaltende Rolle und geht auf Inhalt und Prägung ein. Wir können darüber reden, ob es immer so sein muss, dass die Bundesregierung möglichst bekannte Journalisten nimmt, weil sie glaubt, dass nur bekannte Journalisten die entsprechende Leistungsfähigkeit haben, um Informationen zu transportieren und zu berichten. Da muss ich dann ehrlicherweise sagen, das kann ich nicht verstehen. Denn ich glaube, dass die Qualität eines Journalisten als Moderator nicht davon abhängt, ob sein Gesicht bekannter oder weniger bekannt und ob sein Name häufig genannt oder weniger häufig genannt ist. Meine Damen und Herren, es kommt aber dann noch etwas anderes dazu. Wir müssen an der Stelle sehen, wie viel, und dann kommen wir zum Thema Bezahlung da ist. Und da sage ich dann in meiner Funktion als Haushälter ausdrücklich, ja, das muss transparenter werden. Und ich will auch ausdrücklich sagen, weil ich ja nicht vergessen habe, dass ich in den letzten vier Jahren in der Opposition war. Manche Antworten, die man auch zur Öffentlichkeitsarbeit bekommen habe. Ich erinnere nur an die Frage der Corona-Verkaufsart durch das Gesundheitsministerium, wo man dann noch nicht einmal erfahren konnte, wer welches Honorar bekam, beziehungsweise wo die Regierung sagte, der hat ja kein Honorar bekommen, sondern nur eine Aufwandsentschädigung. Dieses Spiel dürfen wir nicht machen. Es hat hier Klarheit und Transparenz zu herrschen. Und dann muss man eben sagen, wie viel an der Stelle ist das, was du an Aufwandsentschädigung bekommen hast. Ist es eine Aufwandsentschädigung? Ist es ein Honorar? Oder ist es eine Erstattung der notwendigen Kosten? Und da sage ich, muss fast dasselbe gelten wie für uns als Bundestagsabgeordnete. Dann soll die Bundesregierung das an der Stelle auch ein wenig transparenter machen. Und dann ist es auch gut. Aber, und das ist der Unterschied, meine Damen und Herren, gerade in Richtung der AfD, das ist die Frage des Wie, aber nicht die Frage des Ob. Und woran Sie heran wollen, ist die Frage, ob überhaupt Journalisten hier arbeiten. Und da sage ich Ja, weil Zusammenarbeit zwischen den Gewalten muss an der Stelle möglich sein. Aber sie muss dann, wenn es um Transparenz geht, auch so transparent sein, dass wir alle wissen, dass der Verdacht einer Befangenheit möglichst an der Stelle zerstört wird. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier rausbekommen. Als letztes sagt der Liberale in mir aber auch, wir müssen dafür sorgen, dass wir, ich will es vorsichtig formulieren, Rechtsstaatlichkeit, Vertrauen in einen Journalisten auch dadurch herstellen, dass wir jeglichen negativen Anschein vermeiden. Und ich will in Richtung Bundesregierung ausdrücklich sagen, wir haben für alles Compliance-Regeln. Wir haben riesig viele Stäbe in der Öffentlichkeitsarbeit, und da ist es doch mal die Mühe des Bundespresseamtes wert, mal an der Stelle auch dafür zu sorgen, dass es hier einheitliche Regelungen in der Bundesregierung gibt. Und da werden wir uns dann auch alle freuen. Wir haben ja noch ein Haushaltsverfahren. Bis November kann man das mit Sicherheit hinbekommen. Der Haushaltsausschuss würde sich sicherlich freuen, weil dann das Geld noch klarer, transparenter und besser ausgehen wird. Zum Schutze unserer Journalisten, zur Wahrung der Gewaltenteilung, das jedenfalls wäre nötig. Zum Schluss, weil es elf Sekunden noch sind. Der Jurist sagt, die Verfassung schützen. Der Liberale sagt, Freiheit der Presse zur Verantwortung wahren. Und der Haushaltsausschuss sagt, sparsam bleiben. Danke. Ich komme jetzt noch einmal kurz zurück zu den Wahlen. Ist etwa noch ein Mitglied des Hauses anwesend, was seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die Wahlen und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Und das Ergebnis wird Ihnen dann später mitgeteilt. Dann fahren wir fort. Und als Nächstes erhält das Wort Julia Klöckner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass Journalismus auch Gegenstand politischer Debatten ist, das ist nicht neu. Und es ist auch nicht verwunderlich. Medien gelten als die vierte Gewalt im Staat. Entsprechend machtvoll sind sie ja auch. Aber sie sind unter Druck in diesen Zeiten. Digitale Medien sind auf dem Vormarsch. Dafür verzeichnen Verlage schwindende Auflagen, Fernsehsender mangelnde Zuschauerzahlen, sinkende Werbeeinnahmen. Und das hat Auswirkungen auf Journalisten, vor allen Dingen auf die Freien. Während öffentlich-rechtliche Sender zwar so manchen Quizmaster fürstlich entlohnen, gibt es für die sogenannten freien Mitarbeiter die Regelung, nur 36 Tage in sechs Monaten arbeiten zu dürfen, weil sie sich sonst auf ihren Arbeitsplatz einklagen könnten. Von 36 Tagen Arbeit kann kein Journalist leben. Journalisten zu untersagen, keine Moderation oder Vorträge annehmen zu dürfen, das käme einem Berufsverbot gleich. Natürlich müssen sich auch Journalisten und Medien der kritischen Betrachtung stellen. Das ist übrigens dann keine Einschränkung der Pressefreiheit. Wenn aber ein Kanzleramt sich seine eigene Wohlfühlinterviewerin bestellen kann, nicht für die eigene Veranstaltung, sondern für die Veranstaltung von Dritten, und das nicht bekannt gemacht wird, dann ist das in der Tat verwunderlich und kritikwürdig. Und wenn dann die Moderatorin noch stolz darauf ist, dass sie den Kanzler zum Lachen gebracht hat, mit dem Hashtag Great Honor, also große Ehre, dann postet, dann ist das sicherlich kein Ausweis journalistischer Distanz. Ja, ich bin der Meinung, dass Journalisten auch Regierungsveranstaltungen moderieren sollen dürfen, dann aber auch maximal transparent es angeben sollen. Für die Glaubwürdigkeit von Medien und ihren Journalisten sind unabhängige Berichterstattung, transparentes Handeln und Korruptionsprävention wichtig. Denn nur ein freier, unabhängiger Journalismus ist fähig, Missstände aufzudecken, zu benennen, zu verfolgen. Und deshalb gibt es auch einen verfassungsrechtlichen Schutz für unsere Medien. Die Bezeichnung unabhängiger Journalismus wird sehr routiniert genutzt. Aber er muss sich auch zu Recht immer wieder hinterfragen lassen, ob die Unabhängigkeit gewahrt ist. Und das müssen wir uns als Politiker ja auch zu Recht fragen lassen. Und deshalb ist es notwendig, dass es festgeschriebene Verhaltenskodizes auch gibt. Und Medien müssen über vertragliche Regelungen sicherstellen, dass auch über Nebentätigkeiten der freien Autoren und Moderatoren Transparenz hergestellt wird. Aber klar ist und muss auch bleiben, Grundrecht auf freie Meinung und freie Meinungsäußerung gilt natürlich auch für Journalisten. Denn dementsprechend muss es auch erlaubt sein, dass sie Veranstaltungen und Publikationen begleiten dürfen. Und deshalb frage ich mich, meint die AfD denn, dass Journalisten nur Veranstaltungen der AfD begleiten dürfen? Will die AfD etwa die berufliche Freiheit von Journalisten einschränken? Was überhaupt nicht tragbar ist, sind die Einschüchterungsversuche der AfD. Wir haben von den Journalisten gehört, die eines Landesparteitages der AfD verwiesen worden sind. Und wie wenig manche in der AfD von Pressefreiheit wirklich halten, kennt ja jetzt die Öffentlichkeit mittlerweile von einem WhatsApp-Chat der AfD Sachsen-Anhalt. Und ich zitiere aus diesem Chat eines Chatteilnehmers der AfD. Zitat. Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten überprüfen und sieben, Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten. Eine solche Sprache zeigt, wes Geisteskind Sie sind. Ihnen geht es nicht um journalistische Unabhängigkeit, sondern Ihre Sichtweise soll unsere Gesellschaft infiltrieren. Und deshalb ist Ihnen jeder Journalist, der unabhängig ist, der Ihnen nicht nach der Pfeife tanzt, unangenehm. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, unsere Verfassung passt zu unserem Land, aber Sie passen nicht zu unserer Verfassung mit Ihrer Haltung. Dass nun ein Journalist und SPD-Mitglied im Berliner Bezirk Pankow sich offensichtlich unter falschem Namen für die Partei engagierte, gegen die Koalition mit der CDU mobil machte, das hat zu Recht die Reaktion seines Arbeitgebers, des Handelsblatts, ganz aktuell nach sich gezogen, als die Chefredaktion davon erfuhr. Ein getarnter Journalist, der sich politisch massiv einbringt mit gefälschtem Namen, das ist mitnichten ein Massenphänomen. Richtig ist deshalb die Reaktion des Arbeitgebers, der dessen Texte nun genau untersuchen lässt. Kurzum und zum Schluss. Medien und Journalisten müssen ein ureigenes Interesse daran haben, hohe Transparenz bei ihren Nebeneinkünften an den Tag zu legen, so wie wir Abgeordnete. Aber das erwarte ich dann auch, dass keine Kungeleien mit NGOs und mit anderen Gruppierungen, die übrigens von Regierungsgeldern auch finanziert werden, stattfinden, auch wenn es für die vermeintlich gute Sache ist. Distanz ist notwendig, erst dann ist es Journalismus. Und letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Robin Messarosch für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Welche Geschäftsbeziehungen bestehen zwischen Journalisten und der Bundesregierung? Damit hat die AfD, und das hat Seltenheitswert, tatsächlich eine grundsätzlich spannende Frage gestellt. Die Bundesregierung hat ihr daraufhin detaillierte Informationen zur Verfügung gestellt. Leider hat die AfD ausgehend von einer spannenden Frage eine sehr schlechte Antwort daraus verwandelt und genau das getan, was sie anderen vorwirft, nämlich verzerrt und in der Folge gelogen. Die AfD möchte heute in der Aktuellen Stunde über etwas reden, was Staatsjournalismus heißt. Ich hatte mich erst gewundert. Üblich sind sie da offen und sprechen direkt über Lügenpresse und reihen sich da ein in eine 200-jährige Geschichte von Antisemiten, Nazis, Kommunisten und anderen hasserfüllten Menschen, die seit 200 Jahren versuchen, darüber diejenigen zu verunglimpfen, die eben genau dafür stehen, dass solche Leute nie Macht bekommen in diesem Land, was leider nicht immer gelungen ist. Sie reden über Staatsjournalismus heute. Vielleicht ist das Ihr Verständnis von Anstand. Ich finde, es ist einfach eine feigere Form von Hetze. Staatsjournalismus ist ja an und für sich schon mal ein Quatschbegriff, weil Journalismus, der vom Staat gesteuert wird, ist ja schon gar kein Journalismus mehr, sondern Propaganda. Dass der Staat Regeln vorgibt, auch für Journalismus, ergibt ja auch absolut Sinn. Und es ergibt auch Sinn, dass wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland diese klare Trennung haben. Sie regen sich über Rundfunkbeiträge auf. Aber es gibt ja gerade einen Grund, warum wir das nicht direkt über Steuern machen, sondern hier sehr unabhängig und mit entsprechenden Kontrollinstanzen, die Sie permanent unterschlagen, vorgehen. Sie sagen, Sie mögen keinen, das, was Sie nennen, Staatsjournalismus. Dann finde ich es interessant, dass Sie hier permanent Viktor Orban abfeiern, einen Ministerpräsidenten in Ungarn, der mit dem Begriff Ministerpräsident, finde ich, falsch bezeichnet ist, weil er dafür viel zu viele faschistische Züge trägt. Aber wenn wir uns anschauen, was in Ungarn passiert, und das habe ich, weil ich dort war, dann haben wir das tatsächlich dort, was Sie in Deutschland sehen, was außer Ihnen aber dort keiner sieht. Was in Ungarn passiert ist, dass Sie dort nicht mehr den Fernseher einschalten können, das Radio einschalten können oder Zeitung lesen können, ohne dass Sie etwas sehen, was Viktor Orban nicht in den Kram passen würde. Sämtliche relevanten Medien stehen dort unter Kontrolle von Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei. Ich war dort und habe mich mit Journalistinnen und Journalisten getroffen, den wenigen Freien, die übers Internet publizieren, und habe sie gefragt. Das ist ja bekannt, dass die Journalistinnen und Journalisten dort mit staatlicher Überwachungssoftware ausspioniert worden sind. Wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man ausspioniert wird? Weil ich weiß das in Deutschland zum Glück nicht. Und Sie haben gesagt, für Sie selbst war es gar keine Überraschung, weil Sie längst wussten, dass Sie ausspioniert werden. Aber seitdem es klar ist, dass freie Journalisten in Ungarn, die wenigen, dass die ausspioniert werden, haben die viel mehr Schwierigkeiten, Quellen zu finden, weil niemand mehr mit ihnen sprechen will. Das ist der Viktor Orban, den Sie hier immer hochhalten. Und deswegen wundert es mich, dass Ihnen dieser Widerspruch so kein bisschen peinlich ist. Schauen wir aber jetzt nach Deutschland. Sie sprechen von Staatsjournalismus. Das müsste ja irgendwie alle meinen. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland haben auch einige Festangestellte. Das sind ganze 23.000 Leute in Deutschland. Jetzt haben Sie von der Bundesregierung die Antwort bekommen, dass es 120 Journalistinnen und Journalisten gibt, die auch für die öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten. 120 von 23.000 ist schon mal ein relativ kleiner Teil. Nur um hier mal das Problem zu skizzieren, wenn es denn eines ist. Dann ist ja noch die Frage, die haben Geld bekommen, aber was passiert denn mit dem Geld? Das Auswärtige Amt hat am meisten Geld für Leistungen von Journalistinnen und Journalisten ausgegeben. 492.000 in dem Zeitraum. 410.000, also fast alles, ging aber in die Medienausbildung für Diplomatinnen und Diplomaten. Und es kann ja nur gut sein, dass die Leute, die unser Land im Ausland vertreten, das auch in den Medien gut tun können. Die Frage ist also, wo ist denn der konkrete Schaden? Und das können Sie überhaupt nicht benennen. Ich glaube auch, oder anders gesagt, ich glaube, der größt denkbare Schaden ist, dass gerade der Eindruck entsteht, es gäbe eine zu große Nähe zwischen Journalismus und Bundesregierung. Das können Sie aber gar nicht konkret benennen. Und Sie verstärken ja diesen Eindruck eben in eine falsche Richtung, indem Sie diesen Eindruck mit Ihren Lügen zusammenpacken und Leuten ein falsches Bild von dem vermitteln, was in Deutschland passiert. In Deutschland gibt es auch Fehler, die im Journalismus passieren, die in der Politik passieren. In Deutschland hat das Konsequenzen. Das ist zum Beispiel der Unterschied zum Urlaub. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Und deswegen, weil wir in Deutschland sind, bitte ehren Sie die Arbeit, die unsere Journalistinnen und Journalisten machen. Haben Sie vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Ich rufe auf.